Herzlich Willkommen zur Tom und Patricks IT Show. Eure Gastgeber sind Patrick Grünauer und Tom Wechsler. Heute zum Thema Windows Terminal. Damit Sie sich alles nochmals in aller Ruhe anschauen können, werden wir, wie schon erwähnt, die Session aufzeichnen und dann später auf YouTube zur Verfügung stellen. Wir werden Ihre Fragen gerne am Schluss dieser Session beantworten. So, jetzt aber ein kurzer Verbindungstest nach Österreich, weil die Leitungen zwischen Schweiz und Österreich sind ja immer sehr lange. Darum möchte ich wissen, Patrick, hörst du und siehst du mich? Servus, höre und sehe dich. Die Leitungen in der Schweiz sind aber wesentlich besser als die österreichischen Leitungen, aber wahrscheinlich auch ein bisschen teurer. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ob sie dann wirklich besser sind, das weiss ich nicht. Aber sie sind sicherlich teurer, das kann ich mal unterschreiben. Gut, dann zum heutigen Programm kurz schnell. Die Begrüssung, die haben wir schon bereits hinter uns. Es geht weiter mit Patrick, Windows Terminal, PowerShell, Eingabeaufforderung etc. Dann mein Part Linux Subsystem für Windows Terminal. Dann das Profil anpassen. Ich werde euch dann Patrick wieder zeigen und dann bzw. Windows Terminal anpassen. Profile und sonstiges kommt dann von mir. So kurz, grob, schnell das Programm von der heutigen Session. Und ich bin jetzt schon richtig gespannt, was der Patrick uns in seinem ersten Blog zu zeigen hat. Ja, herzlich willkommen zu unserer Session. Windows Terminal ist unser Thema. Ist für viele vielleicht auch neu, für mich auch und für Tom auch irgendwann einmal neu gewesen. Wurde still und heimlich irgendwann einmal von Microsoft implementiert. Ist ein bisschen Hype geworden und ich möchte das Terminal einmal vorstellen gleich zu Beginn. Dazu werde ich meinen Bitschirm teilen und wir schauen uns an, wie das Terminal da so funktioniert bei Windows 11. Ganz wichtig vielleicht gleich vorweg, wenn ich Windows Terminal starten möchte, dann funktioniert das nur auf einem Windows 10 oder Windows 11 System. Weil das Windows Terminal für Windows Server nicht entwickelt wurde. Warum auch immer. Wir haben vorher darüber diskutiert, Tom und ich sind zu keinem Schluss gekommen. Vielleicht ist es ein Sicherheitsfeature. Vielleicht ist es gar nicht so gefragt auf einem Windows Server System. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte jeder, der ein aktuelles System hat, das Windows Terminal per Standard installiert haben. Ich befinde mich da auf einem Windows 11 Rechner und öffne einmal das Windows Terminal. Bei mir kommt das so daher beim Start. Warum kommt das bei mir so daher und bei anderen vielleicht nicht so daher? Ich habe auf diesem System Windows, auf diesem Windows 11 System habe ich PowerShe 7 installiert. Und ich habe PowerShe 7 zur Standard-Shale gemacht, quasi in Windows Terminal und habe immer PowerShe 7, wenn ich Windows Terminal starte. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass man das umstellt. Wenn man Fan der Eingabeerforderung ist, würde ich niemand mehr so empfehlen jetzt in der Zeit. Da wird eher nichts mehr von Microsoft kommen. Aber wenn man Fan der Eingabeerforderung ist, dann kann man ebenfalls umstehen auf die Eingabeerforderung. Aber ich muss das gar nicht machen. Ich könnte theoretisch die Tabs parallel betreiben. Das funktioniert ja bei Linux länger und Windows Terminal unterstützt das ebenfalls. Ich habe PowerShe 7.3.2 geöffnet, klicke auf diesen Pfeil und dann habe ich die Möglichkeit zum Beispiel PowerShe 5 parallel zu öffnen. Das erkennt man dann am Icon nicht. Also blau und schwarz ist meistens so. Oder ich könnte die Eingabeerforderung ebenfalls parallel aufmachen, wenn ich möchte. Das sind die sogenannten Windows Terminal Tabs, die ich dann dementsprechend verwenden kann. Die kann ich natürlich auch wieder schließen. Es gibt noch ein Tab, das habe ich ein bisschen unterschlagen. Das ist die sogenannte Azure Cloud Shell, kann ich ebenfalls betreiben. Beziehungsweise ich kann da auch selber etwas machen und hinzufügen. Da gibt es eine JSON-Datei dahinter, da kann ich mich dann dementsprechend schwingen, wenn ich möchte. Da gibt es auch genug Vorlagen, das muss ich immer nicht unbedingt selber ausdenken, sondern da gibt es gute Microsoft-Artikel bzw. Blogger, die auf dieses Thema dann dementsprechend eingehen. Ja, meine Erfahrung mit Windows Terminal ist, dass das Terminal gefühlt wesentlich schneller ist wie Windows PowerShell oder auch PowerShe 7, also das alte Kommandozeilenfenster. Das ist einfach meine Erfahrung. Ich habe das Terminal sehr, sehr gerne. Mit Gefühl meine ich, es ist ganz einfach, mir kommt es schneller vor und ich höre das auch von anderen, dass einfach die Eingabe schneller akzeptiert wird. Das ist sehr, sehr schön, weil das dann die Benutzererfahrung ein bisschen, also beziehungsweise die Benutzerfreundlichkeit wesentlich erhöht. Ich habe das Terminal gestartet. Ich könnte aber auch schließe das Terminal wieder folgendes machen. Ich könnte dieses Terminal eben noch Termi, so rechte Maustaste auf Terminal und kann die App-Einstellungen konfigurieren, weil das Terminal ist ja eine App. Was kann ich da drinnen machen? Könnte beispielsweise im Hintergrund das Hintergrundverhalten quasi ändern, wird bei der Anmeldung ausgeführt. Terminal, dann wird das Terminal ins Auto startgelegt. Also nachdem ich mich anmelde, wird automatisch das Terminal gestartet. Werden wahrscheinlich die wenigsten brauchen. Ich brauche nicht immer das Terminal, außer ich bin wirklich nur in PowerSheet unterwegs. Gibt es natürlich auch, aber ich glaube einmal, dass das nicht so häufig unbedingt verwendet wird. Dann kann ich das beenden. Beziehungsweise, was ich auch schon mehr gebraucht habe, ist, ich habe die App zurückgesetzt. Hat nicht mehr funktioniert. Habe die App gestartet. Hat nur immer geblinkt. Der Cursor hat so geblinkt. Und habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und habe einfach auf Zurücksetzen geklickt. Beziehungsweise, ich kann natürlich die App ebenfalls, wenn ich möchte, deinstallieren. Was auf jeden Fall das Terminal nicht ersetzen kann. Das Terminal soll eben die Kommandozeilen ersetzen. Das ist PowerSheet 7, PowerSheet 5.1, das auch nicht mehr weiterentwickelt wird. Und die Eingabeerforderung. Aber wo Windows Terminal nicht als Konkurrenz angesehen werden sollte, ist zu den sogenannten Editoren, wie zum Beispiel Windows PowerSheet ESE. Also das Terminal ist immer noch ein, ich würde mal sagen, so ein Quick-and-Dirty-Tool, wo ich einen Ping ausführe, einen schnellen Ping, vielleicht irgendwelche One-Liner erstelle in PowerSheet. Aber wenn ich wirklich skripten möchte und ich etwas Größeres vorhabe, dann sollte ich mir einen Editor holen in den Vordergrund. Weil mit Windows Terminal werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt glücklich werden. Gut. So. Ansonsten. Ich öffne das Terminal noch einmal. So. Gut. Ich habe das Terminal hier offen. Was wollte ich noch herzeigen? Ich wollte noch herzeigen, genau, die Version, die ist nämlich insofern wichtig. Das Terminal wird automatisch mit Windows Updates abgedatet. Ich habe hier die Version 1.16.10.26.2 vor mir. Gut, ist jetzt eine Zahl für mich auch. Aber ich habe die Möglichkeit, dieses Windows Terminal eben mit dieser Version, beziehungsweise mit einer Vorgängerversion mit ein paar Kniffen, und die werde ich eben dann in meinem zweiten Teil herzeigen, auf einen Windows Server zu installieren. Also wer verliebt ist in das Windows Terminal, der kann das auch am Windows Server benutzen. Es hat einen Nachteil, wenn ich das am Windows Server installiere, dann wird das mit Windows Updates nicht automatisch abgedatet. Das ist eben ein bisschen ein Nachteil vom Windows Terminal. Es ist auch ein Workaround. Das muss ich dann auch wollen, weil ich installiere eine Software, die eigentlich nicht für Windows Server gemacht wurde. Es wird den Server nicht zerstören, aber muss man eben dementsprechend wollen, beziehungsweise muss man sich dementsprechend darüber trauen. Ja, ansonsten wollte ich dann noch zeigen, die Einstellungen in den Apps, weil da gibt es ebenfalls Einstellungen. Ich hoffe, ich finde das, weil ich finde es ein bisschen schwer mit Windows 11. Es gibt dann nämlich noch App-Einstellungen für Terminal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da richtig bin. Du kannst die Einstellungen auch aufrufen direkt beim Windows Terminal, wenn du da das Dropdown-Menü auswählst beim Terminal. Ja, da? Genau, dann kannst du Einstellungen aufrufen. Ach so, ich wollte das herzeigen in der Systemsteuerung, weil da kann ich nämlich ebenfalls was einstellen, aber ich glaube, ich finde das jetzt in der Hitze des Gefechts nicht wirklich. Ich habe mir das zwar aufgeschrieben, aber finde es nicht. Ja, ja. Und der Apps auch, der Start nehme ich. Na, ist egal. Gut, also auf diese Einstellungen werde ich dann sonst noch später noch eingehen, vor allem dann auf die Profile, die es dann gibt, beziehungsweise so Farbschemen. Ich kann mir halt spielen. Also für denjenigen, der gerne spielt, der kann das eben verwenden. Ich möchte da kurz einen Teaser geben. Auf meinem anderen Rechner habe ich das Terminal so, dass ich dann eben so durchschaue. Also das ist, da habe ich so, eben die Deckkraft ist da nicht 100%, sondern ich kann da im Hintergrund ganz leicht sehen, was da im Hintergrund so passiert. Wie gesagt, muss man mögen. Auf jeden Fall ist wirklich sehr, sehr viel möglich mit dem Terminal und wesentlich mehr wie mit den üblichen Konsolenfenstern, so wie wir das gewohnt sind. Gut, ich übergebe an den Tom, der möchte was herzeigen, und zwar zum Thema Linux Subsystem, oder? Dass da auch Linux mit reinkommt und nicht nur PowerShell und CMD. Genau, ganz genau. Also, dann würde ich da gerne mal übernehmen. Vielen Dank, Patrick. So, dann zuerst einmal meinen Bildschirm. So, gut. Also, bevor ich jetzt da loslege mit dem Terminal. Der Patrick hat ja schon erwähnt, dass das Windows Terminal ist ja direkt aufrufbar. Beispielsweise entweder, indem ich suche, so wie es der Patrick gemacht hat, Windows Terminal eingebe, wie auch immer, oder eben auch über den Start. Wir sehen hier direkt, ich kann beim Start das Windows Terminal direkt aufrufen. Ich muss an dieser Stelle auch noch sagen, ich habe ebenfalls Windows 11 installiert. Darum wird das Terminal hier als Standard nun eingesetzt. Aber bevor ich jetzt auf das Windows Subsystem für Linux eingehe, möchte ich noch etwas zurück in die Geschichte. Warum brauchen wir das Windows Terminal? Oder eben, warum jetzt noch ein zusätzliches Terminal? Und ich möchte das schnell zeigen. Ich starte einmal das Terminal. Und wenn ich das Terminal starte und ich habe bewusst diese Einstellung nicht angepasst, dann heisst es hier, ich kann Einstellungen tätigen in den Einstellungen. Soweit ja in Ordnung. Aber schauen Sie mal, wenn ich jetzt Rechtsklick ausführe und ich wähle Ausführen und dann gebe ich ein CMD, dann kommt die Eingabeaufforderung. Genau das, was wir erwarten. Nichts Spektakuläres. Das Ganze nochmals und ich wähle hier aus die PowerShell. Und wenn ich dann die PowerShell hier ausführe und ich wähle OK, dann ebenfalls, was erhalten wir? Die PowerShell. Was aber läuft da genau im Hintergrund ab? Diese Antwort finden wir im Task Manager. Und zwar brauchen diese Applikationen, diese Applikationen, die brauchen einen untergeordneten Prozess. Und dieser Prozess heisst ConHost. Sehen Sie, Konsolen-Host-Prozess. Und zwar einmal für die PowerShell und einmal auch für die Eingabeaufforderung. Das heisst also, wenn ich mit diesen Terminal-Applikationen arbeite, wie PowerShell oder Eingabeaufforderung, dann braucht es im Hintergrund diesen Konsolen-Host-Prozess. Und das möchte ich eben nicht mehr. Das heisst, ich möchte im Prinzip native mit dem Terminal arbeiten. Und wenn ich jetzt diese beiden Fenster schliesse und ich navigiere zu den Einstellungen, dann kann ich eben hier entscheiden und zwar, was soll die standardmässige Terminal-Anwendung sein? Ich möchte nicht mehr, dass Windows das Ganze entscheidet. Weil Windows würde, oder wir haben es gesehen, Windows entscheidet dann beispielsweise für die Eingabeaufforderung mit der Eingabeaufforderung zu arbeiten. Das heisst, es wird dieser Konsolen-Host-Prozess gestartet. Und das will ich eben nicht. Ich will direkt, dass das Windows-System nicht entscheiden muss, sondern es soll direkt das Terminal gestartet werden. Wir klicken auf Speichern und übrigens diese Einstellungen, die werden in der JSON-Datei gespeichert. Das kann ich schnell zeigen. Sämtliche Einstellungen, die im Terminal gemacht werden, sind hier in dieser Settings.JSON-Datei und Sie können die Änderungen auch direkt hier in der JSON-Datei anpassen. Das wird eins zu eins übernommen dann im Windows Terminal. Also das funktioniert seamless. So, Speichern. Das Ganze ist gespeichert. Jetzt rufen wir das nochmals auf. PowerShell und Voila. Moment mal schnell. Ich muss das Speichern und dann müsste das Ganze passen. Und wenn ich jetzt alles schliesse, dann müsste jetzt im Prinzip, wenn ich jetzt die PowerShell aufrufe, dann kommt die PowerShell. Warum kommt die PowerShell und nicht das Windows Terminal? Also ist jetzt wieder einmal ein Demo-Effekt. Aber wenn ich das Terminal wieder aufrufe und das jetzt nochmals schnell überprüfe, dann müsste theoretisch jetzt, wenn ich da zu den Einstellungen navigiere, ja, da müsste die standardmässige Terminal-Anwendung jetzt das Terminal sein. Also das wollte ich einfach schnell zeigen. Warum jetzt die PowerShell aufgerufen wird und nicht das Terminal, muss ich sagen, ist jetzt der absolute Demo-Effekt wieder einmal mehr. Gut, gehen wir weiter zum Windows Subsystem für Linux. Wenn Sie mit dem Windows Subsystem für Linux arbeiten, das muss man in den App-Einstellungen nachinstallieren oder auch die VM-Plattform-Unterstützung, dann gibt es eine direkte Integration in das Windows Terminal. Und das muss ich sagen, das finde ich persönlich echt eine starke Sache, weil es heisst immer Microsoft und Linux, die arbeiten nicht miteinander. Das ist völliger Quatsch. Das ist so alt gebacken, das stimmt überhaupt nicht mehr. Und das will ich Ihnen mal schnell zeigen. Also ich habe die Vorbereitungen getroffen, ich habe das Windows Subsystem für Linux installiert und das Feature VM-Plattform. Und jetzt will ich Ihnen mal etwas zeigen. Stellen Sie sich vor, Sie interessieren sich für Linux oder Sie möchten Linux kennenlernen. Es gibt verschiedene Distributionen. Jede Distribution hat ein eigenes Paketmanagement, sage ich jetzt mal. Red Hat-basierende Systeme haben ein Paketmanagement, Debian-basierende Systeme haben ein Paketmanagement und Sie möchten das testen. Jetzt will ich Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Und zwar, ich habe einige Linux-Distributionen bereits installiert. Zum Beispiel Alma-Linux ist Red Hat-basierend, Ubuntu ist Debian-basierend. Und jetzt zeige ich Ihnen mal etwas. Wir verwenden die Kommandopalette, die können Sie aufrufen, also Befehls oder Kommandopalette, über diese Funktion oder ganz einfach mit Ctrl-Shift und P. So, und jetzt wähle ich Bereich aus. Der Patrick hat uns gezeigt, dass wir mit verschiedenen Tabs arbeiten können. Wir können aber auch mit verschiedenen Bereichen arbeiten. Jetzt möchte ich den Bereich teilen und zwar Split-Write. Und schauen Sie mal, wir haben jetzt im gleichen Terminal, im gleichen Tab, haben wir zwei unterschiedliche, ja, ich sage jetzt mal bewusst Sessions. Es ist zwar beides mal die PowerShell gestartet, aber ich kann auch in dieser Session zum Beispiel die PowerShell 7 starten, PWS-H, so, dann haben wir die PowerShell 7. Jetzt arbeite ich hier mit der alten Desktop-Version und hier mit der neuen Version. Aber ich will Ihnen zeigen, wie Sie das vergleichen können, beispielsweise mit Linux. Ich verwende WSL-Abstand minus D und dann rufe ich, minus D steht für Distribution, jetzt rufe ich Alma Linux auf. Und wir haben nun Alma Linux in dieser Session. Die Distribution wird gestartet und schauen Sie mal, jetzt haben wir hier Alma Linux. Auf dieser Seite, da möchte ich mit Ubuntu arbeiten. Zuerst einmal die Auflistung, was steht mir zur Verfügung. WSL-Abstand minus minus und dann gebe ich an List. Aha, hier steht mir Ubuntu minus 22.04 zur Verfügung. WSL-Abstand minus D und dann gebe ich an Ubuntu minus 22.04 und die Distribution ist gestartet. So, jetzt habe ich zwei unterschiedliche Linux-Systeme, die ich direkt parallel miteinander vergleichen kann. Der Paketmanager bei Red Hat-basierenden Systemen ist DNF. Das heisst, mit DNF, Abstand, Update, kann ich zum Beispiel die Linux-Maschine, die Alma Linux-Maschine direkt jetzt aktualisieren. Drücke die Enter-Taste, nein, ich gebe noch das minus Y mit, damit ich keine Fragen beantworten muss und selbstverständlich brauche ich dazu erhöhte Rechte, damit das Ganze funktioniert. Ich gebe da mein Kennwort an und los geht die Aktualisierung. Aha, alles ist in Ordnung, es gibt nichts zu aktualisieren. Red Hat, die eine Seite Debian-basierend, die andere Seite, sprich Ubuntu, hier haben wir den apt-Paketmanager. Also, sudo, apt, update und los geht's mit dem Aktualisieren der Metadaten. Die Repositoris werden jetzt aktualisiert. Sehen Sie, das Windows-Terminal kann so flexibel eingesetzt werden. Ich finde das persönlich eine echte Bereicherung, weil wenn ich jetzt eben mit Linux arbeite oder mit was auch immer, ich kann das aufteilen, ich kann die Bereiche aufteilen, wie Sie das hier gesehen haben. Also, das ist für mich ein echter Vorteil, wenn dieses Terminal so eingesetzt werden kann, das Windows-Terminal, eben für unterschiedliche Einsatzzwecke. Und das wollte ich Ihnen unbedingt zeigen. Und noch der letzte Punkt, wenn ich eine neue Distribution hinzufüge. Also, wenn ich jetzt da zum Beispiel zur PowerShell navigiere. Jetzt verwende ich wieder WSL. WSL, das ist der Befehl. Jetzt sage ich mal WSL, Abstand, Minus, Minus, List, Abstand, Minus, Minus, Online. Damit ich die Online-Distribution sehe. Jetzt kann ich ganz einfach diese Version hier, die kann ich ganz einfach installieren. WSL, Abstand, Minus, Minus, Install. Und dann gebe ich an, der Name von der Distribution, Minus, D. Und dann der Name von der Distribution, das Ganze einfügen. Und drücke die Enter-Taste. Übrigens, Entschuldigung schnell. Irgendjemand hat das Mikro aufgedreht und ich höre irgendwelche Geräusche. Könnten Sie das bitte ausschalten? Das wäre sehr freundlich. Vielen Dank. Jetzt sehen Sie, jetzt wird die OpenSUSE, das ist eine weitere Distribution, wird jetzt installiert. Und wenn diese Installation abgeschlossen ist und ich das Windows Terminal schliesse und wieder öffne, dann wird automatisch ein neues Profil hier angelegt. Ist wirklich simpel, aber effektiv eine echt coole Sache. Jetzt kann ich das Setup durchgehen von dieser OpenSUSE-Version und anschliessend steht mir eine dritte Distribution hier im Windows Terminal zur Verfügung. So, das war nun einmal mein erster Blog zum Windows Terminal. Patrick, hast du noch etwas hinzuzufügen? Ich finde es super, dass Linux auf Windows zu betreiben ist, beziehungsweise dass Microsoft sich da öffnet. Ich finde das recht spannend. Ich habe da schon etwas herumgespielt. Ich finde das einfach nur toll. Dem ist nichts hinzuzufügen. Super. Vielen Dank. Dann würde ich gerne wieder dir das Wort geben für deinen nächsten Teil. Gut. Ja, was habe ich vor? Ich habe da wieder meine virtuelle Maschine und möchte ein bisschen was herzeigen, was Windows Terminal betrifft, in Bezug auf, wie das Terminal dann für mich selber irgendwie hergerichtet werden kann. Also wie ich das für mich machen kann. Weil es gibt ja einige Optionen. Das sind zwar Spielereien, aber der eine oder andere arbeitet dann ganz einfach lieber damit. Zum Beispiel könnte ich das Terminal auf weiß schalten statt auf schwarz oder auf Vollbild. Oder ich kann zum Beispiel ein Hintergrundbild festlegen. Wo finde ich das? In den Einstellungen vom Windows Terminal. Da waren wir eh schon einmal drinnen. Da habe ich einmal die Möglichkeit bei Starten zum Beispiel das Standardprofil festzulegen. Was soll denn gestartet werden? Ich bin da ein bisschen verunsichert immer, weil ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wie sich das verhält. Aber vielleicht weiß das der Tom dann nach meiner Session. Weil ich jedes Mal, wenn ich PowerShell 7 installiert habe, dann hat sich da PowerShell als Standardprofil automatisch eingetragen, weil es die neueste Version war. Zumindest war das bei vorigen Windows Terminal-Versionen so und jetzt nicht mehr. Aber vielleicht habe ich da irgendwie getäuscht. Das kann natürlich auch sein. Gut, dann bei Interaktion. Ich gehe das ein bisschen durch, weil es sind einfach so viele Einstellungen. Bei Interaktion sehe ich dann so Sachen wie zum Beispiel automatisches Kopieren in die Zwischenablage oder URLs automatisch erkennen und klickbar machen. Also ich kann dann auf die URL draufklicken. Das war glaube ich bei den anderen Konsolen auch nicht wirklich möglich. Falls ich das nochmal brauche. Wir werden das nachher sehen. Ich werde dann jetzt im zweiten Teil bei mir über eine URL Windows Terminal installieren auf einem Windows Server. Dann haben wir das Terminal auch am Windows Server. Beziehungsweise so Sachen wie warnen, wenn Registrierkarten geschlossen werden. Bei der Darstellung habe ich dann die Möglichkeit zum Beispiel umzustellen. Ich stelle einmal um da auf hell zum Beispiel. Dann muss ich auf Speichern klicken, dann habe ich das in hell. Wem das gefällt, ich habe es hell eigentlich lieber, aber habe mich im Terminal schon irgendwie an das dunkel gewöhnt. Ich weiß nicht warum. Ja, ansonsten immer im Vordergrund, dann bleibt das Fenster natürlich immer im Vordergrund beziehungsweise Windows Terminal oder die Farbschemen. Kann ich mir dann dementsprechend aussuchen. Da kann ich ein bisschen Retro-Style dann auch dementsprechend machen. Ich könnte zum Beispiel auf Campbell umstellen, dann schaut das wieder ein bisschen anders aus. Naja, viel anders schaut es nicht wirklich aus. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Gut. Vielleicht ist das sogar der Standard. Ich weiß gar nicht. Mit solchen Sachen spiele ich mich eher weniger herum. Ja, das wollte ich zeigen bei der Darstellung. Was ich vergessen habe, was ich sehr sehr häufig mache, ist, dass ich ein bisschen so durchscheinen lasse den Hintergrund, weil ich habe dann gerne hinten irgendwas, ich weiß da nicht wo ich bin. Sie kennen das Fensterstress. Und dann weiß ich nicht wo ich bin und ein bisschen was habe ich dann doch gern. Das finden wir nicht bei diesen Darstellungen hier. Zumindest habe ich das da nicht gefunden. Bei den Profilen findet man das dann. Also ich habe für jede Konsolenanwendung, in dem Fall PowerShell Eingabeerforderung oder PowerShell 7, habe ich dann noch weitere Profile. Das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend. Da oben finde ich die allgemeinen Einstellungen und dann habe ich aber noch Profile. Wie zum Beispiel der Name. Den kann ich festlegen, wenn man PowerShell nicht quält, dann trage ich da irgendwas anderes ein. Das würde wenig Sinn machen, weil dann weiß ich nicht wo ich bin. Dann Standardverzeichnis. Das ist halt eine Sache, die wird häufig von Benutzern geändert, weil dieses C-Users-Administrator, also ich habe zum Beispiel umgestellt bei mir auf C. Das ist deswegen passiert, weil ich da beim Startverzeichnis umgestellt habe, dass C verwendet werden soll. Weil viele mögen das nicht, dass C-Users-Administrator dort stehen, das nimmt so viel Platz weg dann von der Zeile. Je länger der Benutzernamen, je länger dieses Startverzeichnis beziehungsweise die Seite links. Patrick, jetzt hören wir dich nicht mehr. Du bist mute. Jetzt hören wir dich nicht mehr. Du bist mute. Jetzt? Ist es okay? Okay. Entschuldigung. Ich höre ein Echo. Der Gast Hayo, der Gast Hayo, bitte das Mikro auch abzuschalten. Dankeschön. Entschuldigung, Patrick. Passt. Nein, ich habe es selber gehört. Ich war ein bisschen irritiert an das. Irritiert ein bisschen. So, da ist das bei der Darstellung. Das mache ich dann doch recht gerne, dass ich den dann eben das dementsprechend so transparent ein bisschen. Hintergrundbild habe ich auch einmal hinterlegt. Ist lustig. Aber ja, Hintergrund-Deckkraft, von dem sprechen wir. Das könnte ich auf 50 zurückdrehen zum Beispiel. Ja, dann oder 52. Ist egal. Speichern. Und dann, wenn ich da zurück navigiere, dann sehe ich dann den Hintergrund. Das schaut speziell fancy aus. Ja, all diese Spielereien, die haben wir auf einem Windows 11 und nur Microsoft weiß, warum wir das am Windows Server 2022 zum Beispiel nicht haben. Aber das Problem möchte ich lösen. Ich werde wechseln zum Windows Server 2022 und werde ein Skript bereitstehen, wo man dann dementsprechend Windows Terminal installieren kann. Und dieses Skript schaut so aus. Ich habe das in Visual Studio Code geöffnet. Visual Studio Code ist ein Editor für vor allem dann für PowerShe 7, weil ESE kann mit PowerShe 7 nicht umgehen. Man kann diese Zeiten genauso gut in ESE ausführen. Ich werde das ganz kurz durchdenken. Ganz oben gebe ich einmal an eine URL zum Download von Windows Terminal. Natürlich kann ich das im Browser genauso gut herunterladen. Aber wer mich kennt, ich hätte das gerne vollautomatisiert, weil ich mag nicht jedes Mal den Browser öffnen und irgendwo nachschauen. Sondern ich habe einfach die URL und speichere diese URL in einer Variable. Und dann brauche ich noch den letzten Teil von dieser URL, den da, den brauche ich später noch. Ich brauche nicht die gesamte URL, sondern nur den letzten Teil. Und da gehe ich her und nehme den Pfad, den es da gibt in Seite 2 und tue den Splitten. Splitten heißt ja aufteilen, nicht? Also Bananensplit kennt jeder, nicht? Das heißt zum Essen, nicht? Gibt es in der Schweiz auch, oder? Ja, ja. Bananensplit. Das ist lecker. Sehr lecker. Okay, gut. Ich weiß es nicht. Okay. Also Splitpath URL minus leave. Also da wird einfach das letzte dann genommen. Und im Endeffekt schaut das dann so aus, wenn ich diese beiden Zeilen ausführe. Was steht im Split drinnen? Der letzte Teil, das ist zum Schluss dann hinten und die URL steht eben bei der URL. Und im Endeffekt ist es nur eine Vorbereitung, weil ich muss dem Programm oder meinem Code sagen, was heruntergeladen werden soll. Leider gibt es auch sogenannte Voraussetzungen und die installiere ich in Zeile 6 bis Zeile 8. Das ist eine AppX Anwendung, die brauche ich unbedingt. Einfach markieren und ausführen mit F8. Dann wird diese erstens einmal heruntergeladen mit Bits Transfer. Background Intelligence Transfer Service. Das ist ein Dienst auf einem Windows System. Damit kann ich Dateien herunterladen. Ich habe dann gleich die Prerequisites. Ich glaube, das ist schon fertig. Das da unten ist ein Bug von Visual Studio Code. Da bleibt manchmal das Fenster stehen. Wenn ich dann auf Enter klicke, dann ist das Fenster wieder weg. Dann lade ich mir das Windows Terminal herunter, das ich festgelegt habe, oben mit der URL. Also ich führe ganz einfach 11 bis 13 aus. Startet Bits Transfer. Das dauert natürlich ein bisschen. Wahrscheinlich bleibt das Fenster jetzt wieder unten stehen. Und danach in Zeile 16 werde ich das Windows Terminal installieren. Nur so viel. Also man kann da gerne suchen danach. Es gibt hier kein Terminal. Leider, leider. Das ist irrsinnig verwirrend. Vor allem für Techniker, die öfter mit dem System arbeiten. Weil wenn du längere Zeit auf Windows 11 arbeitest und dann setzt du auf den Server hin, dann denkst du, warum kommt da so ein blaues Fenster daher? Naja, es gibt halt kein Terminal. Und dann installiere ich mit AppX Package die Software. Also ich füge mit Join Path, füge ich mein Homelaufwerk zusammen. Beziehungsweise mein Benutzerprofil mit diesem AppX Package. Join heißt ja auch nicht. Und dann beginnt die Installation, Zeile 16. Und dann bin ich fertig. So, jetzt ist es nicht kompliziert ausgeschaut. Ist es aber nicht, weil im Endeffekt markiere ich ja den gesamten Code und füge den aus. Und dann gehe ich mal einen Kaffee trinken. Dann ist es fertig. Ich habe nur ein bisschen was erzählt und das einzeln ausgeführt. Und dann sollte das Windows Terminal installiert sein. Das ist eine der aktuellsten Versionen. Ich bin mir nicht sicher, ob es die aktuellste ist. Ich bilde mir ein, dass 10.2.62 auf Windows 11 momentan läuft. Aber mit der Version hat es bestens funktioniert. Ist fertig, completed. Und wir haben das Terminal auf einem Windows Server 2022 installiert. Und ich habe das schon einmal erwähnt. Der einzige Nachteil ist, dass das Windows Terminal nicht mit Windows Updates abgedatet wird. Mal schauen, was da so kommt von Microsoft. Das ist natürlich ein Workaround fürs Erste. Bis dann vielleicht das Terminal auf einem Windows Server kommt. Wir wissen es nicht. Mal schauen, was es bringt. Auf jeden Fall werde ich diesen Code dann auch für unsere Teilnehmerinnen zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, soll ich es in den Chat hineinkopieren oder stellen wir dann die Datei später bereit? Ich weiß nicht, Tom. Du kannst mir die Datei zustellen und ich lege sie dann auf GitHub ab und verlinke das dann im Video. Im Video. Okay, passt. Ja, okay, super. Ja, dann haben wir das Terminal auf einem Windows Server installiert. Und ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe heute das hier vorbereitet für diese Session und habe ein bisschen kämpfen müssen. Weil das Problem ist nämlich, dass manche Windows Terminal Versionen diese Software brauchen und manche nicht. Und wenn du das anfangs dann zum Testen, dann denkst du irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, habe ich irgendeinen Fehler gemacht und so. Also es ist ein bisschen holprig. Dennoch, Terminal ist nun bei mir im Windows Server 2022 installiert mit vollem Funktionsumfang und genauso gut könnte ich das natürlich auch machen auf einem Windows 10, Windows 11, vor allem bei älteren Windows 10 Systemen, weil ab einer gewissen Version ist das Terminal schon automatisch mit dabei, bei älteren Versionen dann nicht. Aber es ist alter Käse. Wir befinden uns im Windows 11 Zeitalter. Ja, das war's von meiner Seite. Ich übergebe wieder zum Tom. Super, perfekt. Vielen Dank. So, dann übernehme ich das Ganze mal. Da mein Bildschirm. So, müsste man da meinen Bildschirm wieder sehen und da schnell etwas aufräumen. So, voilà. Genau. Also, ich bin immer noch im Windows Terminal mit dieser gesplitteten Umgebung. Beide Seiten sind Linux-Systeme und der Patrick hat das schon angesprochen und zwar die Profile, die Einstellungen. Und es gibt bei den Profilen hier diese, also die übergeordnete Kategorie und da gibt es eben diese Standardwerte. Und da möchte ich vielleicht nochmals darauf zurückkommen, weil wir können Standardwerte verwenden. Die werden dann vererbt auf sämtliche Profile, die angelegt werden. Selbstverständlich kann ich auch ein neues Profil anlegen, also zum Beispiel das Git-Bash-Profil. Wenn Sie Git diesen Client installieren, dann können Sie auswählen, wollen Sie das Setup von Git das Profil selbstständig anlegt oder wollen Sie es selber anlegen. Das ist eine Möglichkeit, das kann man natürlich. Das ist absolut machbar. Dann haben wir diese Standardwerte und zum Beispiel eben das Startverzeichnis. Und da kann ich ein Startverzeichnis angeben. Hier, das wird dann vererbt für alle. Und wenn ich dann für einzelne Profile genau dieses Startverzeichnis anpassen möchte, dann geht es eben dann direkt in das entsprechende Profil. Und wir haben das vielleicht sehr gut gesehen. Wir haben da ein Startverzeichnis und da steht jetzt die Tilde. Und die Tilde, die repräsentiert das persönliche Home-Verzeichnis. Und wenn ich jetzt das Terminal aufrufe bzw. da zurück navigiere zu meinen Tabs, dann haben wir hier die Tilde. Das ist die Tilde, das ist das Home-Verzeichnis. Jetzt vielleicht für diejenigen, die mit Linux arbeiten oder sich mit Linux auskennen, denken vielleicht ja, aber Moment mal. Das sieht überhaupt nicht irgendwie Linux-like aus. Das ist absolut korrekt. Das ist der Pfad direkt zu meinem Windows Home-Verzeichnis. Das Windows Subsystem für Linux macht im Hintergrund eine Aufbereitung, dass ich direkt von meinem Linux System aus auf mein persönliches Home-Verzeichnis zugreifen kann. Schauen Sie mal. Da gibt es Anwendungen, da gibt es Cisco Packet Tracer, da gibt es die Favorites, Druckumgebung, eigene Dateien. Das ist genau das, was das Home-Verzeichnis von meinem Windows System zur Verfügung stellt. Also das Home-Verzeichnis wurde richtig interpretiert. Es ist die Tilde. Aber ich möchte bei meinem Linux System vielleicht gar nicht auf mein Home-Verzeichnis, auf mein persönliches Laufwerk zugreifen unter Windows. Nein, ich möchte vielleicht lieber auf mein Home-Verzeichnis zugreifen von meinem Linux System. Also slash home slash tom. Dann wählen wir Speichern aus. Dann werden die Einstellungen gespeichert. Jetzt wurde das Terminal einfach geschlossen. Das ist wieder super interessant. Das hat wieder so eine Art Demo-Effekt. Keine Ahnung, warum sich das Terminal bei mir wieder mal selbstständig macht. Aber spielt keine Rolle. Lassen Sie uns das schnell prüfen. Navigiere da zu Alma Linux. Und jetzt sehen Sie, jetzt haben wir hier einen ganz anderen Prompt. Jetzt wird hier die Tilde angezeigt. Und wenn ich jetzt pwd verwende, pwd steht für Print Working Directory. Dann wird mir das Home-Verzeichnis jetzt angezeigt in meinem Linux System. Und wenn ich da ein ls-abstand minus la aufrufe, dann sehen wir die verschiedenen Dateien. Das sind versteckte Dateien und Punkt, Punkt und Punkt. Punkt bedeutet das aktuelle Verzeichnis. Punkt, Punkt repräsentiert das übergeordnete Verzeichnis. Aber jetzt habe ich für dieses eine Profil das Home-Verzeichnis angepasst. Wenn wir die Ubuntu Session starten. Hier haben wir die Ubuntu Session. Und mal schauen, was uns da angezeigt wird. Interessanterweise, ich muss ganz ehrlich sagen, das Terminal, das Windows Terminal, das spielt mir heute einen riesigen Streich. Weil ich habe hier das Startverzeichnis ja nicht angepasst. Das heisst, das müsste eigentlich den übergeordneten Wert wieder hier, Standardwerte entsprechend anwenden. Und warum das jetzt ersetzt wurde? Ja, ich muss sagen, ich habe Windows 11 heute Morgen auf diesem System installiert, beziehungsweise das Windows 10 System aktualisiert auf Windows 11. Ich vermute mal, dass das jetzt vielleicht, naja, noch der Grund ist, warum das Ganze jetzt nicht genau so funktioniert, wie ich Ihnen zeigen will. Aber Sie sehen, da habe ich slash Home slash Home angegeben. Und beim Ubuntu System, da wird, beim Ubuntu System wird der Wert geerbt. Patrick, gib mir schnell Feedback. Hörst du mich noch? Ich hatte kurz schnell ein Blackout. Das heisst, der Bildschirm war bei mir schnell schwarz. Okay. Nein, es geht, es geht. Ah, perfekt. Also, lassen Sie uns das schnell anpassen. Jetzt verwende ich hier Prozent User Profile. Ist vielleicht nicht unbedingt ideal als Home-Verzeichnis, aber ich kann hier auch wieder einen eigenen Wert setzen. Und ich verwende hier die Tilde, das repräsentiert das Home-Verzeichnis. Jetzt wähle ich das Speichern aus. Und jetzt müsste diese Änderung übernommen worden sein. Und wir schliessen das Register, öffnen das Register nochmals. Und dann sollte auch, ja, dann wird die Tilde angezeigt. Aber eben, ich habe das Profil nur für die Alma-Linux-Maschine angepasst, aber nicht für die Ubuntu-Maschine. Also, ich hätte hier an dieser Stelle noch erwartet, dass die Einstellungen von den Standardwerten übernommen werden. Aber normalerweise, ich muss sagen, das funktioniert wirklich einwandfrei. Also, wenn Sie Standortwerte festlegen, die werden angewendet auf sämtliche Profile. Wenn Sie dann pro Profil einen eigenen Eintrag erstellen, wenn Sie das Ganze dann pro Profil benutzerdefiniert konfigurieren, dann werden diese Werte auch entsprechend übernommen. Also, das war jetzt wirklich wieder mal so ein kleiner Demo-Effekt. Aber das mal zu diesen Profilen. Die können Sie wirklich pro Umgebung, die Sie eingerichtet haben, wirklich sehr benutzerdefiniert anpassen. Für Ihre Bedürfnisse, wie das der Patrick schon gesagt hat, zum Beispiel eben, dass der Hintergrund dann vielleicht ein bisschen sichtbar ist, damit da ein wenig Transparenz enthalten ist. Oder Sie können das Profil als Administrator ausführen, nur dieses eine Profil und die anderen Profile nicht. Also, das sind so benutzerdefinierte Einstellungen, die Sie machen können. Ja, das wollte ich noch zu den Profilen, wollte ich da noch zeigen. Patrick, hast du da noch Ergänzungen? Ah, super. Ich habe ganz vergessen, das sind Standardwerte. Ja, also man kann natürlich da, man muss nicht für jedes einzelne, sondern kann auch Standardwerte festlegen. Ja, was ich noch dazu sagen wollte, das ist live. Wir können da nichts rausschneiden, es passiert halt manchmal etwas. Das ist ganz normal und das ist aber auch schön, weil es authentisch ist. Ja, genau. Ich lasse es auch manchmal in meinen Videos drinnen, wenn mir irgendwas passiert, weil sonst ist es zu perfekt, das ist auch langweilig. Absolut. Also eben, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht erklären, warum hier, wenn ich das umstelle, wenn ich sage, ich will, dass das Terminal verwendet wird für sämtliche Applikationen, wenn ich da auf Speichern klicke und ich jetzt hier auf Start ausführen gehe und ich sage hier PowerShell, dann muss das Terminal gestartet werden. Wieso das bei mir nicht funktioniert? Ich bin 100% überzeugt, weil ich dieses Update gemacht habe von Windows 10 auf Windows 11, dass das nicht korrekt übernommen wurde, weil ich habe das schon bei reinen, also bei Neuinstallationen von Windows 11 habe ich das schon x-mal gemacht und das funktioniert einwandfrei. Also das ist 100% geschuldet von diesem Update von Windows 10 auf Windows 11, dass diese Funktionalitäten nicht korrekt angewendet werden. Da bin ich 100% überzeugt. Aber eben der Patrick hat es gesagt, das ist live, es ist nichts geschnitten ohne doppelten Boden. Es ist einfach so, wie es ist. Ich übernehme mal kurz, ich schaue mal, wie das bei mir ist, weil ehrlich gesagt, ich habe da nicht wirklich so was. Der Tom war jetzt so drin, er war in den Einstellungen, dann bei Starten. Also ich habe bei mir bei Standardprofil. Nein, wo warst du? Ich war bei Standard, eins unten, genau. Standardmässige Terminalanwendung, genau. Jetzt sagst du hier. Ah, Windows Terminal. Genau. Jetzt sagst du Speichern und jetzt klickst du auf den Startrechtsklick und sagst dann Eingabeaufforderung, beziehungsweise CMD, kannst du mal eingeben. So, jetzt sagst du CMD. Ja, voilà, siehst du. Funktioniert genauso. Warum das bei mir nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel, auch mit den Profileinstellungen. Ich habe ein Profil angepasst und nicht alle Profile. Das heisst, das Home-Verzeichnis. Und siehst du, die PowerShell startet auch im Windows Terminal, oder? Und ich habe bei Alma Linux das Home-Verzeichnis angepasst. Das war korrekt, aber bei Ubuntu hätte immer noch das Home-Verzeichnis von Windows angezeigt werden müssen. Aber ist ja egal. Wir sehen ja, dass es funktioniert. Perfekt. Ja, vielleicht nach einem Neustart oder wie auch immer. Das ist immer ein bisschen ein Jammer. Auch das Windows Terminal ist noch unter Anführungszeichen relativ neu, kann man sagen, mit diversen Problemen, die natürlich auftreten können. Ja, super. Wir sind durch, ne? Ja, würd ich sagen. Wir sind für unseren Teil durch. Wir möchten uns recht herzlich bedanken für die sehr, sehr zahlreiche Teilnahme. Es sind doch sehr, sehr viele gekommen. Und ja, wir stehen jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Also einfach Mikrofon aufdrehen, Kamera aufdrehen oder auch nicht oder einfach in den Chat hineinschreiben, falls es Fragen gibt zum Thema Windows Terminal. Wir hätten eine Frage drinnen im Chat, aber die gehört nicht zum Thema Windows Terminal, sondern wozu braucht man AVI noch? Ja, ich kenne mir da zu wenig aus. Ja, das ist halt, das AVI-Format ist, also vor allem halt für Aufnahmen ist es als RAW-Raw-Format, ist es halt, ja, ich sage jetzt mal, sehr hilfreich, weil man kann dann die unterschiedlichsten, ich sage es mal, also wie soll ich sagen, wenn ich das AVI-Format habe, ich kann es dann unterschiedlich weiter bearbeiten. Ich kann dann beim Schneiden, ich kann verschiedene, ich kann die Spuren auseinandernehmen, das können andere Formate sicherlich auch, aber es ist für mich so das RAW-Format, das RAW-Format und dann schlussendlich wird das Ganze konvertiert in MP4 oder was dann auch immer schlussendlich gewünscht wird. Also für mich ist das immer noch ein sehr praktisches Format. Fragen zum Windows-Terminal? Keine Fragen? Gut. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann haben wir alles richtig gemacht, alles ist klar. Genau, würde ich auch sagen, ja genau. Ja, wir bedanken uns recht herzlich. Jetzt kommt noch eine Frage. Jetzt kommt noch eine Frage. Okay. Das ist eine, das ist eine Lizenzfrage. Okay, mal nichts zu tun mit Windows-Terminal und muss ich ganz, ich weiss nicht, wie es du siehst, Patrick, aber das Thema Lizenzen, Remote Desktop Services und das Thema Lizenzen, das ist eine eigene Geschichte. Also ich kann da keine direkte Auskunft geben, weil ganz einfach ich mich mit der Lizenzierung zu wenig beschäftige. Das übergebe ich dann auch immer den entsprechenden Spezialisten, aber vielleicht kannst du dazu was sagen. Nein, ich bin kein Remote Desktop Services Spezialist. Nein, leider, leider auch nicht. Ja, am besten bei Microsoft anrufen und haben wir Fragen. Aber bei 5, wenn aus 5, 500 werden, ist doch eh schön, nicht? Hat man nur 5 bezahlt. Ja, ich weiss nicht, ob er anrufen wird. Vielleicht eher noch viel Zeit lassen, schauen wir mal, wie sich das entliegt. Keine schlafenden Hunde wecken. Genau. Genau. Gut. Ja, dann auch von meiner Seite ebenfalls vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Das hat natürlich super Spass gemacht, war absolut toll und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und auch von meiner Seite eine gute Zeit und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ja, alles Gute und noch ein schönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön.